einen wunderschönen guten abend also ich habe mir heute mal gedacht ich betätige mich ein wenig künstlerisch ja ich weiß ich bin blind ja ja aber deswegen geht das auch ganz schnell sowie zum beispiel jetzt und gesehen so schnell kann ich zeichnen nein er hat sich gesehen moment ja dann probieren wir mal mit dem nächsten genau jetzt jetzt gesehen immer noch nicht okay gut alle alle guten dinge sind drei moment 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 ich guck mal ich bereite mich vor moment dann aber genau jetzt immer noch nicht oder habt ihr es jetzt gesehen dann müsse dann stelle ich mal eine längere frequenz her moment 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 geht mir zwei sekunden dann haben wir mal richtig eine raus genau jetzt so ja und habt das jetzt soweit verstanden nein war natürlich nur eine kleine demonstration also wenn ihr längere längere videos davon haben wollt dann tut mir einen gefallen gebt mir einen daumen hoch wenn nicht dann halt nicht wenn ihr verbesserungen wenn ihr doch solche videos mehr haben wollt aber vielleicht noch verbesserungsvorschläge habt dann bitte unten in die kommentare ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne weitere woche ja und wenn ich es vorher nicht mehr schaffe auch frohe weihnachten ja zwischen den jahren schaue ich sicherlich noch ein video hoch zu machen ja 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 ja